So, und das ist nun mein neuer Wirkungsbereich im nächsten Schuljahr. Der erste Blick war hinaus auf die kleine Terrasse, wo man ein bisschen im Freien auch lernen kann. Wichtig, Smart Board, da freut sich das Lehrerherz. Und hier habt ihr mal noch einen Einblick, was sich in 20 Lehrerdienstjahren bei einem Jäger und Sammler alles an Material, Büchern und so weiter gesammelt hat. Hier noch verpackt. Musik 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 Hier liegen die Bücher, die zum Lesen gedacht sind. Beginnend war es mit den Büchern eher für die erste Klasse. Und jetzt kommen wir dann schon zu Büchern, die für Ältere sind. Und hier die Unmenge an Sachbüchern, die allerdings noch, zwar nach Themengebieten geordnet sind, aber noch unterteilt werden müssen und dann in die Bibliothek kommen werden. Und nun willkommen im Biber 5. Da sieht es momentan in der zukünftigen 2a-Klasse so aus. Musik Mit geschlossener Kastenfront sehen wir hier schöne Bilder. Musik Und das ist es, was sich hinter den Türen verbirgt. Musik Huh, willkommen in der Uhrzeit. Musik 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 Und hier stehen fixfertig geordnet nach Themengebieten die Bücher für die große Bibliothek in der Schule. Ein letzter Überblick für heute über die Klasse. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020